Musik Mein Name ist Christian Deters, ich bin 51 Jahre alt. Wir befinden uns hier in Lohnor, Süd-Ollenburg. Wir bewirtschaften einen Schweinemassbetrieb an verschiedenen Standorten. Zurzeit produzieren wir wöchentlich ca. 3000 Schlachtschweine und befinden uns hier in unserem Standort in Lohne, der eine Kapazität von 3000 Schweinen hat. Musik Wir haben mit der Activo Nordys ein Produkt gefunden, was uns weiterhilft in dem Bereich. Wir ersetzen die Einschlagprophylaxe mit Activo Nordys, um Durchfallerkrankungen zu unterbinden. Bei uns ist das Hauptproblem in unserer Produktion. Wir beziehen den größten Teil unserer Ferkel aus Dänemark und haben doch immer wieder Einstalldurchfälle bzw. auch PIA oder sonstige Durchfälle und erkennen oder müssen immer wieder dagegen vorgehen. Wir sehen, dass das Produkt bei einer gewissen Aufwandmenge schon Effekte hat und uns auch unterstützt. Bei sehr hohen Krankheitsfällen wird der Aufwand natürlich sehr hoch, weil wir hohe Mengen einsetzen müssen. Wir gehen dann bis auf 4 Kilo die Tonne, aber wir erkennen, dass der Durchfall deutlich besser wird. Wir setzen auf einfache Produkte oder für uns muss durch unsere Mitarbeiterstruktur es sehr einfach sein. Wir setzen das dem Futter zu über eigene Dosierer und können damit gewährleisten, dass das eigentlich sicher ans Tier kommt. Ich arbeite gerne mit EVENETRIST zusammen, weil die Regionalität, kompetente Beratung und eben die Fachkompetenz mich anspricht. Und da gibt es einfach Sorgen gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020